Die Röntgenstrahlung spielt eine wichtige Rolle unter anderem in der Medizin und in der Materialanalyse. Wir schauen uns den Aufbau einer Röntgenröhre sowie ein Schulröntgengerät an. Wir führen außerdem die Drehkristallmethode durch, mit der wir ein Röntgenspektrum aufnehmen. Zu Anfang zeige ich euch eine ausgebaute Röntgenröhre aus so einem Röntgenapparat. Im Prinzip ist das eine einfache Glasröhre, die vakuumiert ist. Unten hinter diesem Metallzylinder befindet sich eine Glühkathode, oben die schräge Anode. Zwischen Anode und Kathode wird eine hohe Beschleunigungsspannung angelegt und die Kathode wird natürlich zum Glühen gebracht, sodass durch den glühelektrischen Effekt aus ihr Elektronen austreten. Vorne rechts befindet sich das Austrittsfenster, aus dem der Großteil der Röntgenstrahlung eben austreten kann. Aus dieser Perspektive könnt ihr die Kathode noch einmal genauer sehen. Die Kathode ist im Prinzip einfach ein Glühdraht, der eben durch die Heizspannung zum Glühen gebracht wird. Hier seht ihr ein Schulröntgengerät. Mit diesem Röntgengerät kann man verschiedene Versuche durchführen. Wir werden damit in diesem Video ein Röntgenbild machen und die sogenannte Drehkristallmethode durchführen, mit der man ein Röntgenspektrum aufnehmen kann. An dieser Stelle vielen Dank an das Gymnasium Adolphinum in Mörs. Wir selber haben so ein Röntgengerät nicht. In diesem Schulröntgengerät steckt links die Röntgenröhre. Die kann man hier genauer sehen. Man sieht das Glühen der Kathode und auch die schräge Anode darüber. Hinter der Röntgenröhre befindet sich in diesem Apparat eine Blende. Die braucht man allerdings nur für die Aufnahme eines Röntgenspektrums. Das heißt, die wird jetzt zunächst ausgebaut. Der Geigerzähler, der dort an so einem Arm montiert ist, ist jetzt hochgefahren. Wir durchleuchten einmal einen Schwamm, in den verschiedene Gegenstände eingebracht wurden. Das soll jetzt ein Modell sein für eine Röntgenuntersuchung, für ein Röntgenbild, das in der Medizin gemacht wird. Hinten an dem Schulröntgengerät befindet sich ein Fluoreszenzschirm. Wie der Name schon sagt, befindet sich darauf eine fluoreszierende Schicht, die dann leuchtet, wenn Röntgenstrahlung darauf trifft. Das hier ist eine Langzeitbelichtung von diesem Fluoreszenzschirm, wenn der Röntgenapparat eingeschaltet ist und dieser Schwamm davor liegt, aus verschiedenen Perspektiven, einmal von vorne, einmal von der Seite. Man sieht in dem Schwamm verschiedene Gegenstände, die dort eingebracht wurden. Die Helligkeit hinten auf dem Fluoreszenzschirm hängt ab von der Dichte der Gegenstände. Bei metallischen Gegenständen gelangt keine Röntgenstrahlung auf diesen Fluoreszenzschirm. Bei etwas weniger dichten Gegenständen gelangt noch ein Teil auf den Fluoreszenzschirm. Ja, und da, wo nur der Schwamm vorhanden ist, das sieht man da an dieser Kante, hat man schon fast die volle Helligkeit. Und noch etwas weiter rechts, da ist kein Gegenstand vorhanden. Da kommt also die gesamte Röntgenstrahlung an, an dem Fluoreszenzschirm. Also das ist so das Prinzip eines Röntgenbildes, was in der Medizin gemacht wird, dass eben je nach Dichte des Gewebes hinten auf dem Schirm unterschiedliche Schatten entstehen. Dazu erstmal etwas Theorie, das heißt wir schauen uns auf dem Papier an, wie eine Röntgenröhre aufgebaut ist und wie Röntgenstrahlung entsteht. Der Name dieser Strahlung geht zurück auf Wilhelm Konrad Röntgen, der im Jahre 1895 diese Art von Strahlung entdeckte. Er nannte sie zunächst X-Strahlen. Im deutschsprachigen Raum wurde sie dann später ihm zu Ehren als Röntgenstrahlung bezeichnet. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel heißt die Röntgenstrahlung nach meiner Kenntnis immer noch X-Ray. Röntgen erhielt den ersten Nobelpreis, den ersten Physiknobelpreis 1901. Außerdem kann man Wilhelm Konrad Röntgen als ein großes Vorbild nicht nur der Physik, sondern allgemein bezeichnen, weil er keine Patentanmeldung durchführte für seine neue Erfindung, sodass es eben auch dazu kam, dass in der Medizin sehr schnell diese Röntgenapparate gebaut und auch genutzt wurden. Ja, was sind eigentlich Röntgenstrahlen oder X-Strahlen? Röntgenstrahlen sind elektromagnetische Wellen mit Wellenlängen im Pikometer-Bereich. Es gibt da keine ganz exakte Definition. Bei unserem Schulröntgenapparat oder auch in der Medizin haben diese elektromagnetischen Wellen häufig Wellenlängen im Bereich von einigen 10 Pikometern bis einigen 100 Pikometern. Röntgenstrahlen sind ionisierend, das heißt sie sind gesundheitsschädlich. Sie können Zellen im Körper schädigen bei unsachgemäßer Anwendung. Heutzutage sind die Röhren in der Medizin mit Blei abgeschirmt. Außerdem werden Patienten eben nur möglichst kurzen Belichtungsdauern ausgesetzt. Die Patienten werden außerdem auch mit Bleiwesten beispielsweise geschützt, damit Körperteile, die nicht durchleuchtet werden sollen, eben auch nicht geschädigt werden. Wir zeichnen den Aufbau einer Röntgenröhre. Ich hatte so eine Röhre vorhin schon kurz gezeigt, die aus so einem Apparat ausgebaut wurde, aus einem Schulapparat. Man könnte sagen, es handelt sich um einen typischen Röhrenversuch der damaligen Zeit. Am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde ja viel mit solchen Glasröhren experimentiert. Unten seht ihr die Kathode, die Glühkathode, die durch eine Heizspannung UH zum Glühen gebracht wird. Oben befindet sich die Anode, oft aus Kupfer. In der Schule zum Beispiel ist das oft Kupfer. In der Medizin eher Molybden- oder Wolframlegierungen. Diese Anode ist schräg angeordnet, damit die Röntgenstrahlung eben möglichst nach rechts hin austritt. Wobei die Verteilung der Röntgenstrahlung da nicht genau geradlinig ist in diesem 45-Grad-Winkel, sondern die Röntgenstrahlung verlässt die Anode schon in verschiedenen Raumrichtungen. Zwischen der Kathode und der Anode wird eine sehr hohe Beschleunigungsspannung UA angelegt. Die Anode befindet sich dabei am Pluspol der Beschleunigungsspannung und die Kathode am Minuspol. Die Röhre ist häufig eine Glasröhre, in der Schule zumindest oder in der Medizin auch eine Keramikröhre, eben mit einem Vakuum. Aus der Kathode treten durch den glühelektrischen Effekt Elektronen aus, die daraufhin zur Anode beschleunigt werden und auf die Anode drauf treffen. Aus der Glühkathode treten die Elektronen aus, sie werden nach oben hin schneller und durch die Beschleunigungsspannung UA werden sie nach oben beschleunigt. Die Geschwindigkeit nimmt zu, deswegen ist der obere Pfeil auch länger als der untere. Und nach rechts hin wird dann Röntgenstrahlung abgegeben, allerdings auch in verschiedene Raumrichtungen. Das deute ich hier an mit zwei Pfeilen, die etwas auseinanderlaufen. Diese geschlängelten Linien sollen die Röntgenstrahlung darstellen. Das sind elektromagnetische Wellen. Die Röntgenquanten, die Photonen, haben eine Energie von H mal F. Die Beschleunigungsspannung beträgt mehr als 10 Kilovolt. Bei unserem Schulröntgengerät beträgt die Beschleunigungsspannung später 30 Kilovolt. In der Medizin sind das häufig zwischen 30 und 150 Kilovolt. Das, was ich gerade erzählt habe, schreibe ich hier auf in Stichpunkten. Wir haben eine Freisetzung von Elektronen aus der Kathode durch den glühelektrischen Effekt. Die Elektronen werden beschleunigt in Richtung der Anode durch die Beschleunigungsspannung zwischen Kathode und Anode. Durch verschiedene Wechselwirkungen, die ich gleich genauer erkläre, der beschleunigten Elektronen mit den Atomen der Anode, entsteht Röntgenstrahlung. Diese Wechselwirkungen, wie gesagt, erkläre ich gleich genauer. Die Beschleunigungsspannung UA liegt häufig zwischen 30 und 150 Kilovolt. Das Anodenmaterial ist in vielen Fällen Molybden, MO oder es sind Wolframlegierungen. Hier im Schulexperiment haben wir eine Anode aus Kupfer. CU steht für Kupfer. Die Anode, die wir im Schulröntgenapparat vorliegen haben, ist eine stationäre Anode, die immer an der gleichen Position steht, die eine abgeschrägte Anode ist, sodass die Röntgenstrahlung möglichst im Wesentlichen nach rechts hin austritt. Diese Form der Anode wird auch in der Strahlentherapie immer noch eingesetzt in der Medizin. Für Röntgenbilder, für das bildgebende Verfahren, werden allerdings meistens Drehtelleranoden verwendet. Das sind dann ebenfalls abgeschrägte Anoden, die, wie der Name schon sagt, sich allerdings dann drehen durch einen Elektromotor. Das habe ich hier, naja, etwas vereinfacht zweidimensional dargestellt. Die Kathode ist etwas schräg angebracht, sodass die beschleunigten Elektronen auf die Seite dieser Drehtelleranode treffen, auf diese abgeschrägte Seite und dann wird ebenfalls nach rechts hin die Röntgenstrahlung abgegeben von diesen Drehtelleranoden. Der Sinn und Zweck einer solchen Drehtelleranode ist, dass die Wärme besser verteilt wird. Bei diesem Vorgang, bei dem Auftreffen der Elektronen auf die Anode, entsteht nicht nur Röntgenstrahlung, sondern auch jede Menge Wärme. Man spricht dabei auch von einem Brennfleck. Das ist die Stelle, auf die die Elektronen drauf treffen. Dieser Brennfleck wird durch eine Drehtelleranode dann zu einer Brennfleckbahn, könnte man sagen, zu einem Kreis, sodass die Wärme bzw. der mechanische Verschleiß etwas besser verteilt werden. In der Medizin werden außerdem auch Filter eingesetzt hinter den Röntgenröhren, zum Beispiel Aluminiumfilter von einigen Millimetern Dicke. Damit wird der nicht notwendige Teil des Röntgenspektrums herausgefiltert, denn Röntgenquanten, Röntgenphotonen mit einer Energie von weniger als 20 bis 30 Kilo Elektronenvolt können das menschliche Gewebe sowieso nicht durchdringen. Deswegen wäre es auch unnötig, den Patienten dieser Strahlung auszusetzen. Durch das Aluminium wird dieser Teil der Röntgenstrahlung herausgefiltert. Erst die höher energetische Strahlung kann den Patienten wirklich durchleuchten. Man spricht dabei auch von einer Aufhärtung der Strahlung. Die Strahlendosis für den Patienten wird damit reduziert. In manchen Fällen haben die Röntgenröhren zwei Glühwendeln, zwei Glühkathoden eingebaut, zwischen denen man hin und her schalten kann. Die Drehtelleranoden haben manchmal auch unterschiedliche Winkel, abgeschrägte Winkel, auf die die Elektronen dann auftreffen. Häufig sind auch Windelzylinder in die Röntgenröhren eingebaut. Mit all diesen Dingen kann man die Intensität und den Brennfleck eben steuern. Das heißt, wenn man eine größere Glühkathode nimmt, treten mehr Elektronen aus. Man bekommt eine höhere Intensität. Das hat den Vorteil, dass die Belichtungsdauer kürzer ist, aber die Strahlenbelastung ist höher für den Patienten. Außerdem ist der sogenannte Brennfleck größer. Das heißt, die Schärfe der Abbildung nimmt etwas ab. Bei einer kleineren Glühwendel wäre die Intensität etwas kleiner. Der Brennfleck dann ebenfalls. Dadurch würde die Schärfe der Abbildung zunehmen. Man bräuchte allerdings auch eine etwas höhere Belichtungsdauer. Dazu habe ich hier noch ein kurzes, sehr einfaches Experiment eingefügt, damit man sich das etwas besser vorstellen kann. Ihr seht hier zwei verschiedene Glühlampen. Die eine Glühlampe hat eine große Glühwendel. Das ist so eine ganz normale Haushaltsglühlampe, die man früher so im Supermarkt kaufen konnte. Heute sind das ja meistens LEDs. Diese andere Lampe, die ihr dort seht, ist ebenfalls eine Glühlampe, allerdings mit einer sehr kurzen Glühwendel. Die ist extra für die Schule so gemacht, damit man eine sehr kurze Glühwendel hat, um eine sehr scharfe Abbildung zu erzeugen. Ich schalte diese Lampen nun nacheinander ein und halte jeweils meine Hand davor. Wir betrachten dann den Schatten hinten auf einem Schirm. Man sieht, dass bei der Lampe mit der großen Glühwendel der Schatten meiner Hand hinten auf dem Schirm unscharf ist. Bei der Verwendung der Lampe mit der kleinen Glühwendel sieht man einen scharfen, abgegrenzten Schatten. Und so ähnlich ist das dann eben auch bei der Röntgenröhre. Wenn man eine sehr kleine Glühwendel verwendet, hat man eben eine schärfere Abbildung. Röntgenstrahlung kann generell nachgewiesen werden durch die ionisierenden Eigenschaften. Das heißt, ähnlich wie bei radioaktiver Strahlung, durch einen Geigerzähler oder durch die Sintillation. Das heißt, durch Leuchterscheinungen, die bei fluoreszierenden Materialien auftreten. Oder beispielsweise auch durch einen Halbleiterdetektor könnte man Röntgenstrahlung nachweisen. In unserem Schulexperiment wird das gleich der Geigerzähler sein. Ein Geiger-Müller-Zählrohr zählt einfach die Impulse pro Sekunde. Das heißt, wie viele Röntgenphotonen pro Sekunde sind dort in ein Fenster in diesen Apparat eingetreten. Das Vakuumgehäuse ist in der Medizin häufig von Öl umflossen. Das soll dazu dienen, dass die Wärme erstens besser abgeführt wird. Zum Zweiten isoliert das Öl die Röntgenröhre gegenüber dem Bleigehäuse. Denn es liegen dort ja Spannungen im Bereich von bis zu 150 Kilowolt an. Das heißt, das Öl wirkt dann auch elektrisch isolierend. Ja, wo wird Röntgenstrahlung angewendet? Natürlich in der Medizin, bei Röntgenbildern, aber auch beim CT. CT steht für Computertomographie. Bei der Computertomographie werden sehr viele Röntgenbilder gemacht vom Patienten. Dabei fahren Röntgenapparate um den Patienten drumherum, machen ganz viele Röntgenbilder und nachher können diese Röntgenbilder dann schichtweise hintereinander gelegt werden. Und man erhält ein dreidimensionales Bild von der jeweiligen Körperregion. Außerdem wird die Röntgenstrahlung auch zur Strahlentherapie angewendet. Weiterhin hat die Röntgenstrahlung Anwendungen in der Strukturanalyse. Das heißt, bei der Untersuchung kristalliner Substanzen. Das hat zum Beispiel damals bei der Entschlüsselung der DNA eine große Rolle gespielt. Außerdem sei hier die Röntgenfluoreszenz-Analyse genannt. Dabei handelt es sich um eine Materialanalyse. Eine Materialprobe wird durch polychromatische Röntgenstrahlung angeregt. Das heißt, durch eine Röntgenstrahlung mit verschiedenen Wellenlängen. Es werden kernnahe Elektronen in diesem Material entfernt. Diese Materialatome werden ionisiert. Und beim Zurückfallen von Elektronen aus höheren Energieniveaus in diese Lücken, in Anführungszeichen, wird je nach Material eine unterschiedliche charakteristische Strahlung emittiert. Eine Fluoreszenzstrahlung. Anhand dieser Strahlung kann man analysieren, um welches Material es sich handelt. Des Weiteren sei noch kurz die Röntgenfotoelektronenspektroskopie genannt. Dabei werden durch Röntgenstrahlung Elektronen aus einem Material entfernt. Und man bestimmt die kinetische Energie dieser Elektronen. Wie entsteht nun diese Röntgenstrahlung? Es gibt zwei Entstehungsprozesse, nach denen ihr in Klausuren und im Abitur meistens auch gefragt werdet. Der erste Entstehungsprozess, der erste Strahlungsanteil ist die sogenannte Bremsstrahlung. Die tritt zum Beispiel in ähnlicher Form auch beim Synchroton auf. Näheres dazu gleich. Ich zeichne hier gestrichelt die Anode in der Röntgenröhre. Das heißt, das soll diese schräge Anode sein, was ich hier gestrichelt zeichne. Oben gestrichelt mit dem Anschluss der Beschleunigungsspannung, des Pluspols der Beschleunigungsspannung. Ich habe drei Atomkerne eingefügt des Anodenmaterials. Die Anodenatome ohne die Elektronen in der Hülle, einfach nur die Atomkerne des Anodenmaterials. Das heißt, das wären jetzt Kupferatomkerne bei unserem Experiment. Die Anode besteht ja bei unserem Experiment aus Kupfer. Und das wären jetzt die Atomkerne des Kupfers. Die Atomhülle habe ich hier weggelassen. Nun treffen beschleunigte Elektronen auf diese Anode. Die Elektronen können durch die Atomkerne, durch das elektrische Feld der Atomkerne, abgelenkt werden oder auch abgebremst werden. Und immer wenn Ladungsträger beschleunigt werden, das heißt, wenn sie abgelenkt werden oder abgebremst werden, geben sie Energie ab in Form von elektromagnetischen Wellen. Und das ist dann eben die Bremsstrahlung. Oder bei einem Synchrotron, bei einem Teilchenbeschleuniger, wäre das dann die Synchrotronstrahlung. Ja, das da unten, dieser Kreis mit dem Minus drin, das soll ein Elektron sein, das von der Kathode freigesetzt wurde und dann zur Anode hin beschleunigt wurde durch die Beschleunigungsspannung UA. Bei dieser Ablenkung oder Abbremsung wird elektromagnetische Strahlung freigesetzt. Das stelle ich durch die geschlängelte Linie dar und ich schreibe H mal F dran, weil die Photonen die Energie H mal F besitzen. Hier wird die kinetische Energie der Elektronen umgewandelt in Strahlungsenergie oder Photonenenergie H mal F. Beschleunigte Ladungen emittieren elektromagnetische Strahlung, also Photonen mit den Energieportionen E gleich H mal F. Und das tritt unter anderem hier bei der Röntgenstrahlung auf, bei der Entstehung der Röntgenstrahlung, das heißt beim Abbremsen oder Ablenken von Elektronen im elektrischen Feld der Atomkerne. Ja, betrachten wir das Ganze energetisch. Zunächst liegt elektrische Energie vor. Die Elektronen werden beschleunigt mit der Beschleunigungsspannung UA. Sie erhalten die Energie E mal UA in Form elektrischer Energie. Die wird in kinetische Energie umgewandelt. Die Elektronen erhalten ja eine Bewegungsenergie. Sie werden beschleunigt. Ja, und diese Energie wird dann wiederum umgewandelt in Photonenenergie, das heißt H mal F. Insgesamt betrachtet, wenn wir die kinetische Energie hier weglassen, haben wir eine Umwandlung von E mal UA in H mal F. Dieser Ansatz wird später noch wichtig sein bei der Berechnung der sogenannten kurzwelligen Grenze. Allerdings muss ja nicht die gesamte Energie E mal UA in H mal F umgewandelt werden, sondern die Elektronen können bei der Bremsstrahlung auch Teile ihrer Energiebeträge umwandeln. Wenn die Beschleunigungsspannung verändert wird, dann kann auch eben diese abgegebene Energie verändert werden. Und auch bei einer gleichbleibenden Beschleunigungsspannung können Teile der Energie abgegeben werden. Es muss nicht die gesamte Energie E mal UA in Form von H mal F von Photonenenergie abgegeben werden. Das bedeutet wiederum, dass wir ein kontinuierliches Energiespektrum haben bei dieser Bremsstrahlung, denn die Elektronen können auch Teile ihrer Energie in Form von Röntgenstrahlung abgeben bei der Bremsstrahlung. Eine wichtige Ergänzung noch, neben der Röntgenstrahlung entsteht auch Wärme in der Anode. Das muss man insbesondere in der Medizin immer bedenken. Bei unseren Schulexperimenten ist das vielleicht nicht ganz so entscheidend, weil dort die Intensitäten vergleichsweise gering sind. Aber bei medizinischen oder technischen Röntgenapparaten muss man natürlich auch bedenken, dass diese Anoden sehr warm werden und gekühlt werden müssen. Der zweite Prozess bei dem Röntgenstrahlung entsteht umfasst die charakteristische Strahlung. Ich zeichne wieder gestrichelt die Anode mit dem Anschluss für den Pluspol und in der Mitte nur einen Atomkern des Anodenmaterials, das heißt ein Kupferatom und jetzt auch mit der Elektronenhülle, zumindest mit den ersten beiden Schalen. Die äußeren Schalen habe ich weggelassen. Von unten trifft nun ein Elektron, das von der Kathode freigesetzt wurde und beschleunigt wurde, auf ein Elektron in der ersten Schale des Anodenatoms. Nun kann es passieren, dass so ein beschleunigtes Elektron, was von der Kathode emittiert wurde, genau auf ein Elektron in der ersten Schale des Kupferatoms drauf trifft. Dabei wird das Kupferatom ionisiert, das heißt dieses Elektron aus der ersten Schale wird entfernt. Das deute ich hier an mit zwei Pfeilen, das heißt das eine Elektron fliegt nach oben rechts weg, das andere nach oben links irgendwo hin. Dieser Prozess führt dazu, dass an der Stelle links eine Lücke entsteht. Dort fehlt nun ein Elektron. Daraufhin kann ein Elektron aus der zweiten Schale in diese Lücke springen, in Anführungszeichen. Nach dem Borschen Atommodell wird dabei Energie abgegeben in Form eines Photons und dieses Photon deute ich an mit der geschlängelten Linie und mit h mal f. Das Kupferatom in der Anode besitzt nun eine vollständige erste Schale, allerdings ist in der zweiten Schale eine Lücke, das heißt auch da könnte jetzt noch wieder ein Elektron aus einer höheren Schale hineinspringen. Diesen Prozess vernachlässige ich erst einmal, komme ich später noch mal kurz darauf zurück. Prinzipiell könnte natürlich auch ein Elektron aus der dritten Schale die Lücke in der ersten Schale ausfüllen. Diesen Prozess habe ich hier nicht als Skizze dargestellt, aber ich denke, ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Also, bei der charakteristischen Strahlung ist es so, dass das Elektron, das von der Kathode emittiert und durch UA beschleunigt wurde, auf ein Elektron eines Anodenatoms trifft, auf ein Elektron in der ersten Schale genauer gesagt. Das Anodenatom wird ionisiert, ein Elektron aus der ersten Schale, aus der K-Schale des Anodenatoms wird entfernt. Wie war das noch gleich mit dem Aufbau der Atomschalen? Die erste Schale wird auch als K-Schale bezeichnet, die zweite als L, die dritte als M-Schale und so weiter. Das geht auf Charles Glover-Bakler zurück, der damals ab der Schale K angefangen hat. Man hatte die anderen Buchstaben verwendet für die Fraunhofer-Linien im Sonnenspektrum. Beim Wechsel eines Elektrons aus einer höheren Schale auf die K-Schale emittiert das Anodenatom Röntgenstrahlung mit einer charakteristischen Energie. Ja, ihr erinnert euch an das Borscher Atommodell. Wir haben beim Übergang eines Elektrons von einer höheren Schale in eine tiefere Schale eine Emission eines Photons vorliegen, eines Photons mit e gleich h mal f. Und diese Energiebeträge e gleich h mal f, die sind quantisiert. Ja, die sind ganz genau portioniert, nicht beliebig. Deswegen haben wir charakteristische Energiebeträge, die dort freigesetzt werden. Wir haben ein diskretes Energiespektrum mit ganz bestimmten Energien. Wir haben charakteristische Linien bzw. Peaks im Röntgenspektrum abhängig vom Anodenmaterial. Denn wenn wir nun ein anderes Anodenatom vorliegen haben, haben wir auch eine andere Elektronenstruktur und eine andere Kernladungszahl. Dadurch sind die charakteristischen Linien je nach Anodenmaterial unterschiedlich. Beim Wechsel von der Schale 2 in die Schale 1 redet man dabei von der K-Alpha-Strahlung. Also K-Strahlung, weil die Schale, auf die das Elektron fällt, in Anführungszeichen, die K-Schale ist. Eine Sache vorweg, das K, was ich hier schreibe, sieht oft aus wie ein kleines K. Ich meine aber immer ein großes K, nämlich das K von der Schale, von der ersten Schale des Atoms. Beim Wechsel von 3 nach 1 nennt man das K Beta. Die K-Alpha-Strahlung hat eine kleinere Energie, dafür eine größere Wellenlänge. Und die K-Beta-Strahlung hat eine größere Energie, aber eine kleinere Wellenlänge. Darüber hinaus kann natürlich auch K-Gamma-Strahlung freigesetzt werden. Und es gibt natürlich auch L-Strahlung, wenn das Elektron dann eben auf die zweite Schale noch drauf fällt. Diese Prozesse können auch kurz nacheinander stattfinden, kaskadenartig. Ja, wenn also das zweite Elektron dann auf die erste Schale springt, dann ist ja wiederum eine Lücke in der zweiten Schale vorhanden, die dann auch wieder besetzt werden kann und so weiter. Diese Prozesse betrachten wir hier in der Schule erstmal nicht. Für uns reichen die Prozesse K-Alpha und K-Beta, weil die eben auch in Klausuren und im Abitur abgefragt werden. Und weil sie auch in der Medizin die wesentlichen Strahlungsquellen sind, wenn man denn die charakteristischen Linien verwendet. Zum Beispiel bei der Mammografie macht man das, da verwendet man die charakteristischen Strahlungen von Molybdenen. Die charakteristische Röntgenstrahlung wurde entdeckt von Charles Glover-Barkler, der dann auch eben diese Bezeichnungen KLM eingeführt hat, hatte ich vorhin schon kurz erzählt. Die Gesetzmäßigkeit für insbesondere die K-Alpha-Strahlung geht auf Henry Moseley zurück. Er hat damals ein Gesetz gefunden, das heute als Moseleisches Gesetz bezeichnet wird, für den Zusammenhang zwischen dem Anodenmaterial mit der Protonenzahl Z und der Photonenenergie der charakteristischen Röntgenstrahlung Delta E. Nach dem Gesetz von Moseley beträgt Delta E gleich 13,6 Elektronenvolt mal Z Stern zum Quadrat mal Klammer auf 1 durch n Quadrat minus 1 durch m Quadrat. Wir haben dort eine gewisse Ähnlichkeit zur Formel für die Energiezustände des Wasserstoffatoms nach Bohr. Auch dort traten ja diese 13,6 Elektronenvolt auf. Allerdings ist das Gesetz nach Bohr für das Wasserstoffatom hier ergänzt durch die effektive Kernladungszahl Z Stern. Erst einmal kurz zu den Größen N und M. Das sind jeweils Quantenzahlen bzw. Atomschalenzahlen, wenn ihr das so bezeichnen wollt. Also für K-Alpha und K-Beta ist N gleich 1. Das ist die Schale, auf die das Elektron dann springt in die Lücke. Und bei K-Alpha ist M gleich 2. Für K-Beta ist M gleich 3. Z Stern, wie ich schon sagte, ist die effektive Kernladungszahl. Z Stern ist gleich Z minus 1. Das heißt, Z ist die Protonenzahl und beim Moseley-Gesetz müssen wir 1 abziehen. Bei Kupfer beispielsweise wäre Z gleich 29. Z Stern ist dann gleich 28. Warum die Zahl 1 abziehen, ist es ja so, dass bei der Ionisation des Kupferatoms in der Anode ein Elektron aus der K-Schale entfernt wird. Es ist aber noch ein weiteres Elektron in der K-Schale, was den Atomkern etwas abschirmt, in Anführungszeichen. Das heißt, die Kernladungszahl ist aus Sicht des höheren Elektrons, was dann in die Lücke reinspringt, etwas vermindert. Machen wir eine Beispielrechnung nach Moseley, rechnen wir einmal die Energie und die entsprechende Wellenlänge der Strahlung für K-Alpha aus. Delta E ist gleich 13,6 Elektronenvolt mal 28 zum Quadrat mal 1 durch 1 zum Quadrat minus 1 durch 2 zum Quadrat in Klammern. Das sind 7996,8 Elektronenvolt oder umgerechnet 1,281 mal 10 hoch minus 15 Joule. Delta E ist gleich H mal F ist gleich H mal C durch Lambda. Lambda ist gleich H mal C durch Delta E. Und Lambda K-Alpha für Kupfer ist demnach gleich 6,626 mal 10 hoch minus 34 Joule Sekunden mal 3 mal 10 hoch 8 Meter durch Sekunde geteilt durch 1,281 mal 10 hoch minus 15 Joule. Dabei erhält man 1,55 mal 10 hoch minus 10 Meter. Das sind 155 Pikometer. Pikometer sind 10 hoch minus 12 Meter. Wenn man das Ganze für K-Beta rechnet, erhält man 131 Pikometer. Bei K-Beta habe ich einfach nur anstatt M gleich 2 M gleich 3 eingesetzt. Dort steht dann 1 durch 1 zum Quadrat minus 1 durch 3 zum Quadrat. Und diese beiden Werte überprüfen wir gleich experimentell. Dazu schauen wir uns den Röntgen, Schulröntgenapparat noch einmal genauer an. In diesem Schulröntgenapparat steckt links, wie gesagt, die Röntgenröhre und in der Mitte ein kleiner Kristall. Das ist ein Lithium-Fluorid-Kristall. Außerdem befindet sich in diesem Apparat ein Goniometer, das heißt eine Winkelskala für den Kristall und auch für den Geigerzähler. Der Geigerzähler befindet sich ganz rechts. Also links ist der Kristall Lithium-Fluorid, LIF. Der hat einen Netzebenenabstand von 201 Pikometer und rechts befindet sich der Geigerzähler. Der Geigerzähler misst Impulse pro Sekunde. Des Weiteren befindet sich zwischen der Röntgenröhre und dem Kristall noch eine Blende mit einer sehr schmalen Öffnung. Das heißt, die elektromagnetischen Wellen sind alle horizontal ausgerichtet und treffen horizontal auf den Kristall drauf. Wie sieht man den Kristall noch mal in dieser Halterung? Und diese Halterung und der Geigerzähler können nun beide gedreht werden. Was dort nun stattfindet, ist die sogenannte Brack-Reflexion. Falls ihr euch das Video noch nicht angeschaut habt oder da entsprechende Vorkenntnisse noch nicht habt, dann müsst ihr euch das vorher natürlich anschauen, wie das funktioniert mit der Brack-Reflexion. Für jeden Winkel Theta, um den dieser Kristall gedreht wird, liegt eine bestimmte Wellenlänge vor, die diese Brack-Bedingung erfüllt. Und die Wellen werden vom Kristall in Anführungszeichen reflektiert im Rahmen der Brack-Reflexion. Das heißt, je nach Winkel wird immer eine bestimmte Wellenlänge bzw. die Strahlung mit einer bestimmten Wellenlänge reflektiert zum Geigerzähler. Ich kann immer einen bestimmten Winkel einstellen für Kristall und für Geigerzähler und kann dort für einige Sekunden dann messen, wie groß ist die Intensität. Danach gehe ich dann einen Winkelschritt weiter und messe da wieder die Intensität. Ich erhalte damit eine Abhängigkeit zwischen dem Winkel und der Intensität. Und über die Brack-Bedingung kann ich vom Winkel umrechnen auf die Wellenlänge. Der Geigerzähler wird dabei immer um den doppelten Winkel gedreht im Vergleich zum Kristallwinkel. Der Winkel wird meistens als Theta bezeichnet in den meisten Büchern. Also der Winkel des Kristalls zur Horizontalen ist immer Theta und der Winkel des Geigerzählers zur Horizontalen ist immer 2 Theta. Wir haben hier eine Beschleunigungsspannung eingestellt von 30 Kilovolt. Links auf dieser Skala oben wird der Winkel Theta angezeigt, der Kristallwinkel. Und rechts werden die Impulse pro Sekunde angezeigt, die der Geigerzähler misst für einen bestimmten Winkel. Für jeden Winkel wird nun kurz gemessen, für eine Sekunde ungefähr. Die etwas höhere Intensität bei den ganz kleinen Winkeln kommt natürlich dadurch zustande, dass die Röntgenröhre nun direkt gegenüber vom Geigerzähler steht. Hier sehen wir, dass die Intensität deutlich nach oben geht bei einem Winkel von ungefähr 6 Grad. Das ist die kurzwellige Grenze. Das heißt, die kleinste Wellenlänge wird hier detektiert. Die Intensität der kleinsten Wellenlänge. Nun werden die Winkel Theta durchgefahren, aber nicht sofort nacheinander, sondern es wird immer für jeden Winkel dann auch die Intensität gemessen. Das sieht man hier natürlich ein bisschen schlecht, weil das relativ schnell geht. Zu jedem Winkel Theta gehört eine Wellenlänge Lambda nach der Brack-Gleichung. 2d Sinus Theta ist gleich n mal Lambda. Hier am Anfang, im Anfangsbereich, bei kleinen Winkeln haben wir das Bremsspektrum. Das verläuft kontinuierlich. Ihr seht bei der Intensität, dass die so im Bereich von einigen hundert Impulsen pro Sekunde liegt und nicht schlagartig zu- oder abnimmt. Das ist die Intensität. In diesem Bereich nimmt die Intensität nun etwas ab. Bis wir zu einem Winkel kommen von etwa 21 Grad, dort sieht man eine schlagartig ansteigende Intensität und dabei handelt es sich um die K-Beta-Linie. Die K-Alpha-Linie liegt ungefähr bei 23 Grad. Danach kommt ein Bereich, in dem die Intensität relativ niedrig ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Theoretisch könnte das natürlich noch eine andere charakteristische Strahlung sein. Wir werden allerdings nachher durch eine Rechnung auch nachweisen, dass es tatsächlich die zweite Linie der K-Beta-Strahlung ist. Bei 50,5 Grad liegt das zweite Maximum der K-Alpha-Linie vor. N ist dann gleich 2. Wie gesagt, das weisen wir noch durch eine Rechnung nachher nach. Damit beenden wir das Röntgenspektrum hier bzw. die experimentelle Aufnahme. Das hier ist dann das entsprechende Diagramm, was man dabei erhält. Auf der x-Achse Theta in Grad und auf der y-Achse die Impulse pro Sekunde. Ihr seht dort die kurzwellige Grenze, so in etwa bei 6 Grad ungefähr. Danach das Bremsspektrum im Bereich ab dieser kurzwelligen Grenze. Die Intensität des Bremsspektrums nimmt dann etwas ab und auf diesem Bremsspektrum aufliegen dann die charakteristischen Linien. K-Beta links und K-Alpha rechts. Außerdem sieht man im weiteren Verlauf die zweiten Maxima der K-Beta bzw. der K-Alpha-Strahlung. Röntgenspektren, die Drehkristallmethode, das ist eben die Möglichkeit, so ein Röntgenspektrum aufzunehmen. Also das Prinzip ist die Brack-Reflexion von Röntgenstrahlung an einem Kristall, zum Beispiel Lithiumfluorid. Jede Wellenlänge zeigt für einen bestimmten Winkel Theta den Glanzwinkel konstruktive Interferenz. Das heißt, ich kann vom Winkel Theta auf die entsprechende Wellenlänge schließen, weil nur diese reflektiert wird durch die Brack-Reflexion. Danach zeichne ich das Ganze. Ich mache mir zunächst eine horizontale Hilfslinie, zeichne danach die Blende ein. Außerdem die Anode der Röntgenröhre, aus der die Röntgenstrahlung ja emittiert wird. Anode und Kathode befinden sich in der Röntgenröhre, der vakuumierten Röhre. Zwischen Kathode und Anode liegt die Beschleunigungsspannung UA vor. Die Elektronen werden zur Kathode hin beschleunigt. Sie gehen die Wechselwirkungen 1 und 2, die ich vorhin beschrieben habe, mit den Anodenatomen ein. Und von der Anode aus werden dann die Röntgenstrahlen emittiert. Sie fallen auf einen Kristall, den ich hier in einem bestimmten Winkel angeordnet habe. Das sind jetzt in dem Fall 20 Grad zur Horizontalen von der Kristalloberfläche aus. Die Atome bzw. Ionen des Kristalls zeichne ich als Punkte dort ein, andeutungsweise. Außerdem zeichne ich danach eine Winkelskala ein für den Kristall bzw. für den Geigerzähler. Der Kristall schließt mit der Horizontalen einen Winkel von 20 Grad ein. Und der Kristall kann natürlich auch gedreht werden. Deswegen ja, Dreh-Kristall-Methode. Die Röntgenstrahlung, die von links ankommt, verläuft zunächst horizontal. Die Röntgenstrahlung schließt mit der Kristalloberfläche den Winkel Theta ein. Bei der Brack-Reflektion wird dann die Strahlung mit einer bestimmten Wellenlänge reflektiert. Die andere Strahlung eben nicht. Und auch die reflektierte Strahlung schließt mit der Kristalloberfläche wiederum den Winkel Theta ein. Zwischen der reflektierten Strahlung und der horizontalen liegt dann der Winkel 2 Theta vor. Und in diesem Winkel steht auch der Geigerzähler ganz rechts, der ebenfalls gedreht werden kann. Also das Geiger-Müller-Zellrohr, präzise gesagt. Also der Geigerzähler steht jetzt bei 40 Grad, bei 2 Theta und der Kristall bei 20 Grad. Und so muss immer für jeden Winkel Theta der Kristall eben weiter gedreht werden und der Geigerzähler eben auf den Winkel 2 Theta gedreht werden. Die Röntgenstrahlung verläuft zunächst horizontal, trifft im Winkel Theta auf die Kristalloberfläche und verlässt dann auch wieder im Winkel Theta die Kristalloberfläche. Insgesamt liegt der Winkel 2 Theta zur Horizontalen vor. Von der reflektierten Strahlung der Kristall wird um einen bestimmten Winkel gedreht und der Geigerzähler immer um den doppelten Winkel. Unter dem Winkel 2 Theta zur Horizontalen misst ein Geigerzähler die Zellrate, die Intensität für die Röntgenstrahlung mit der Wellenlänge Lambda. Zum Geigerzähler gelangt nur die Röntgenstrahlung mit einer bestimmten Wellenlänge Lambda. Nur diese Strahlung erfüllt die Bragg-Bedingung und zeigt konstruktive Interferenz bei der Bragg-Reflexion am Kristall unter diesem Winkel. Die Röntgenstrahlung, die die Röntgenröhre verlässt, besitzt verschiedene Wellenlängen und je nach Winkel wird eben eine bestimmte Wellenlänge untersucht. Zu jedem Winkel Theta, dem Winkel zwischen der Kristalloberfläche und der Horizontalen, gehört eine bestimmte Wellenlänge Lambda. Der Kristall wird schrittweise gedreht. Für jeden Winkelschritt wird die Intensität mit dem Geigerzähler gemessen. Dabei muss der Winkel zwischen Geigerzähler und der Horizontalen immer 2 Theta betragen. Er muss doppelt so groß sein wie der Winkel zwischen der Kristalloberfläche und der Horizontalen. Man untersucht möglichst viele dieser Winkel zwischen 0 Grad und 90 Grad. Das heißt möglichst viele kleine Winkelschritte. Ich habe die Winkelskala hier nur bis 50 Grad gezeichnet aus Platzgründen. Der Winkel kann natürlich auch größer sein. Es macht nur nicht viel Sinn, den Kristall auf 90 Grad oder größer zu drehen, weil dann ja der Geigerzähler bei 180 Grad stehen würde und dann die Blende, aus der die Röntgenstrahlung austritt, abdecken würde. Das würde ja keinen Sinn machen. Und man rechnet dann später den Winkel Theta um in die Wellenlänge Lambda über die Brack-Gleichung, die da lautet 2 mal d mal Sinus von Theta ist gleich n mal Lambda. Schauen wir uns als nächstes ein Röntgenspektrum als Skizze noch einmal an. Ja, auf der x-Achse zeichnen wir den Winkel Theta ein und auf der y-Achse die Intensität, das heißt die Zählrate, die Impulse pro Sekunde, die der Geigerzähler misst. Die x-Achse kann auch umgerechnet werden von dem Winkel in eine Wellenlänge über die Brack-Gleichung. Das heißt, ich könnte hier eine zweite Achse einfügen oder man rechnet halt die einzelnen Werte, zum Beispiel für die kurzwellige Grenze und für die charakteristischen Linien um in die Wellenlänge Lambda. So machen wir das dann in diesem Fall. Ich skizziere danach das Röntgenspektrum. Links liegt das Bremsspektrum vor, das ja eine kontinuierliche Verteilung hat. Und rechts das charakteristische Spektrum, was diesem Bremsspektrum aufgelagert ist. Links die K-Beta-Linie und rechts die K-Alpha-Linie. Und wie gesagt, das K soll immer ein großes K sein. Bei mir sieht das manchmal wie ein kleines K aus. Ich bitte um Verzeihung. So, diese beiden Peaks sind also die charakteristischen Peaks. Sie stellen die charakteristische Strahlung der Röntgenröhre dar. Wir haben ein diskretes Spektrum, materialabhängig von der Anode. Und ganz links haben wir die kurzwellige Grenze. Das heißt, dort liegt die Röntgenstrahlung vor mit der kürzesten Wellenlänge, mit der größten Energie. Ihr müsst natürlich daran denken, die Energie ist links am größten und die Wellenlänge ist rechts am größten in diesem Diagramm. Denn je größer die Wellenlänge, desto kleiner die Photonenenergie und umgekehrt. Was passiert nun eigentlich bei dieser kurzwelligen Grenze? Dort wird die gesamte elektrische Energie E mal UA, die das Elektron aufgenommen hat, durch die Beschleunigung, in Photonenenergie H mal F umgewandelt. Das heißt, wir können sagen, E mal UA ist gleich H mal F. F ist ja gleich C durch Lambda. Das heißt, wir können die Grenzwellenlänge Lambda-Grenz ausrechnen. Lambda-Gr ist gleich H mal C geteilt durch E mal UA. Bei unserer Messung ist UA gleich 30 Kilowolt. Also gleich 30.000 Volt. Lambda-Grenz ist dann gleich 6,626 mal 10 hoch minus 34 Joule Sekunden mal 3 mal 10 hoch 8 Meter durch Sekunde. Geteilt durch 1,602 mal 10 hoch minus 19 Amper Sekunden mal 30.000 Volt ist gleich 41,36 Picometer. Die kürzeste Wellenlänge, die hier mit unserem Schulröntgenapparat erzeugt wird, beträgt 41,36 Picometer. Das ist die Wellenlänge der höchstenergetischen Strahlung bei diesem Röntgenapparat. Welchem Winkel entspricht das? Nach der Brack-Gleichung ist 2 mal D mal Sinus von Theta gleich N mal Lambda. N ist erstmal gleich 1. D von dem Lithium-Florid ist gleich 201 Picometer. Dann ist Theta gleich Sinus hoch minus 1 von Lambda durch 2 mal D. Das heißt Theta-Grenz ist dann gleich Sinus hoch minus 1 von 41,36 Picometer, also 10 hoch minus 12 Meter, geteilt durch 2 mal 201 mal 10 hoch minus 12 Meter. Und das ist gleich 5,91 Grad. Ja, wenn wir das Röntgenspektrum uns genauer ansehen, können wir feststellen, dass das auch in etwa mit unserer experimentellen Messung übereinstimmt. Ich habe das hier noch ein bisschen vergrößert. Das heißt, so etwa bei 6 Grad geht hier die Intensität deutlich nach oben. Das heißt, da liegt ungefähr unsere kurzwellige Grenze. Im Internet findet ihr unter maxpace.de verschiedene Physik-Simulationen für die Oberstufe, unter anderem auch die Möglichkeit, ein Röntgenspektrum zu simulieren, mit verschiedenen Anoden-Materialien und auch verschiedenen Beschleunigungsspannungen. Ja, unter dem Punkt Simulationen und Experimente zur Quantenphysik findet ihr dann unter anderem die Aufnahme eines Röntgenspektrums. Dort seht ihr den Aufbau der Drehkristallmethode und ja, man kann dort verschiedene Beschleunigungsspannungen einstellen. Man kann dort verschiedene Anoden einfügen, eine Kupferanode und eine Chromanode und dann den Winkel um verschiedene Schritte weiter drehen, also den Kristall weiter drehen um bestimmte Winkel und ebenso Spektren aufnehmen. So, das habe ich hier gemacht für einmal eine Kupferanode oben und unten im zweiten Diagramm für eine Chromanode. Beide Male für 16 kV Beschleunigungsspannung, das ist die blaue Kurve jeweils und einmal für 28 kV, das ist die rote Kurve jeweils. Ja, dort kann man sehr schön sehen, dass unabhängig von der Beschleunigungsspannung die charakteristischen Maxima für Kupfer bzw. für Chrom an der gleichen Stelle bleiben, beim gleichen Winkel. Aber bei der Änderung der Beschleunigungsspannung ändert sich die kurzwellige Grenze und es ändert sich auch insgesamt die Intensität. Also bei größerer Beschleunigungsspannung haben wir insgesamt auch eine größere Intensität. Die charakteristischen Maxima sind abhängig von dem Anodenmaterial. Bei Erhöhung der Beschleunigungsspannung, UA, verschiebt sich die kurzwellige Grenze nach links zu kleineren Wellenlängen. Wenn man das Diagramm denn so darstellt, wie wir das gemacht haben, das heißt mit dem Winkel Theta auf der x-Achse oder mit der Wellenlänge Lambda. Ja, warum ist das eigentlich so? Das kann man kurz begründen mit der Gleichung, die wir für die Grenzwellenlänge gefunden haben. Lambda der kurzwelligen Grenze ist gleich h mal c durch e mal UA. Das heißt, je größer UA ist, desto kleiner wird Lambda-Grenz. Bei einer höheren Beschleunigungsspannung würde sich diese Grenze nach links hin verschieben bei dieser Darstellung. Außerdem erhöht sich insgesamt die Intensität. Die charakteristischen Peaks bleiben auch bei höherer Beschleunigungsspannung an der gleichen Stelle. Die Wellenlängen der charakteristischen Maxima sind abhängig vom Anodenmaterial. Wir müssen nun noch die charakteristischen Maxima experimentell bestimmen. Das Röntgenspektrum haben wir ja schon aufgenommen mit dem Schulröntgenapparat und der Drehkristallmethode. Nun müssen wir noch die Umrechnung machen zwischen dem Winkel Theta aus diesem Röntgenspektrum und der entsprechenden Wellenlänge Lambda. Und das machen wir eben am Beispiel der k-Alpha- und der k-Beta-Linie. 2 mal D mal Sinus von Theta ist gleich N mal Lambda nach der Brack-Gleichung. Zunächst liegen die Maxima der ersten Ordnung vor, das heißt N ist gleich 1. Aus dem Spektrum können wir entnehmen, dass Theta k-Alpha gleich 23 Grad ist und Theta k-Beta gleich 20,8 Grad. Ich habe das hier noch einmal vergrößert, dann sieht man es etwas deutlicher. K-Beta links k-Alpha rechts, erstmal für N gleich 1, rechnen wir das Ganze aus. Lambda k-Alpha ist gleich 2 mal D mal Sinus von Theta k-Alpha. ist gleich 2 mal 201 mal Sinus minus 12 Meter mal Sinus von 23 Grad. Das ist gleich 157 Picometer. D ist gleich 201 Picometer für Lithium-Fluorid. Und wir schauen noch einmal in das Mosley-Gesetz rein. Dort hatten wir rein theoretisch berechnet 155 Picometer und das stimmt sehr gut überein mit dem, was wir hier gemessen haben. Bei Lambda k-Beta machen wir das ebenfalls praktisch nach unserem Spektrum. Lambda k-Beta ist gleich 2 mal 201 mal Sinus minus 12 Meter mal Sinus von 20,8 Grad. Das sind 143 Picometer. Nach dem Mosley-Gesetz müssten das eigentlich sein 131. Dort seht ihr, dass das Mosley-Gesetz an seine Grenzen stößt. Wir hatten ja angenommen, dass der Kern durch ein Elektron abgeschirmt wird in der k-Schale. Und naja, bei der Entstehung der k-Beta-Strahlung fällt ja nun ein Elektron aus der dritten Schale in die erste. Das heißt, dann ist das Mosley-Gesetz so nicht mehr hundertprozentig gültig. Da kann man höchstens noch Näherungswerte mit ausrechnen. Deswegen ist das Mosley-Gesetz eigentlich nur anzuwenden bei der k-Alpha-Strahlung. Deswegen steht das in den meisten Formelsammlungen auch für k-Alpha so drin. Kommen wir noch zu den Maxima zweiter Ordnung. Ich hatte vorhin einfach behauptet, dass diese zweiten Maxima, die dort noch auftauchen, in dem Röntgenspektrum, dass sie auch zu k-Alpha und k-Beta gehören. Das können wir durch eine Rechnung nun nachweisen. Ich behaupte, n ist jetzt hier gleich 2 und Theta, das lese ich aus dem Spektrum ab, für k-Alpha ist gleich 50,4 Grad und für k-Beta sind 44,3 Grad. In der Brack-Gleichung können wir bei n gleich 2 die 2 einfach kürzen. Das heißt, da steht dann nur noch Lambda ist gleich d mal Sinus von Theta. Demnach ist Lambda k-Alpha gleich 201 mal Sinus von minus 12 Meter mal Sinus von 50,4 Grad. Das sind 155 Picometer. Lambda k-Beta ist gleich 201 mal Sinus von minus 12 Meter mal Sinus von 44,3 Grad. Das sind 140 Picometer. Diese Werte stimmen wiederum recht gut überein mit den oben gefundenen Werten für k-Alpha und k-Beta, sodass wir davon ausgehen können, dass es sich hier um die gleiche Strahlung handelt. Das heißt, um die zweiten Maxima von k-Alpha und k-Beta. Damit sind wir schon fast am Ende angelangt. Nur noch eine kleine Ergänzung. In manchen Aufgaben, unter anderem auch in einer Abituraufgabe kam das schon mal vor, ist ein anderes Röntgenspektrum dargestellt. Dort liegt auf der x-Achse die Photonenenergie e in Kiloelektronenvolt vor und auf der y-Achse die Intensität. Auch in der Medizin findet diese Darstellung oft Anwendung. Dort muss man insofern aufpassen, dass die k-Alpha-Linie die niedrigenergetische Linie ist. Das heißt, die liegt hier links und die k-Beta-Linie liegt rechts. Des Weiteren wird dort oft gefragt, warum man zum Beispiel solche Aluminiumfilter benutzt. Damit möchte man eben den niedrigenergetischen Teil links aus diesem Spektrum herausbekommen. Das ist der Teil, der dem Patienten sowieso nicht weiter nützt, weil man den Patienten damit gar nicht durchleuchten kann, in Anführungszeichen. Die niedrigenergetische Röntgenstrahlung bis 20 Kiloelektronenvolt, die geht gar nicht durch das Gewebe hindurch. Eine Ausnahme ist eventuell die Mammographie. Bei der benutzt man relativ niedrigenergetische Röntgenstrahlung, weil diese genug Energie besitzt, um das Gewebe zu durchdringen. Ja, das war es für die Röntgenstrahlung und bis zum nächsten Mal. Das war es für die Röntgenstrahlung.